hallo leute und willkommen hier bei me applecats heute schauen wir uns mal ein altes modular building ganz genau an wir machen einen schönen rundgang durch das grand emporium also das große kaufhaus aus dem jahr 2010 mit 2182 teilen und einer uvp damals von 150 euro für heutige verhältnisse ein richtiges schnäppchen und hier gibt es glaube ich eine ganze menge zu sehen ich habe das ding nicht gebaut das war meine freundin von daher bin ich gar nicht so vertraut mit dem set und wir werfen einfach mal einen blick rein und zum beginn schauen wir uns mal die mini figuren an ein paar stück sind mit dabei ihr seht hier sind noch die klassisch gelben gesichter mitzusehen und ja hier haben wir die erste shopping queen die hatte gleich mal so zwei tüten schon mal vollgepackt und kommt hier aus dem kaufhaus raus ganz standardmäßiges gesicht vorne brustaufdruck ja mit einer weste oder kettchen und so sieht ganz nett aus hinten gerade mal zwei streifen drauf nicht wirklich so spektakulär ich stelle sie mal wieder hier an den ausgang sie ist ja schon fertig dann haben wir noch den kleinen kollegen hier auch er standard gesicht kleiner brustaufdruck die kurzen unbeweglichen beine und eine rote mütze auf also auch gar nicht mal so viel zu sehen dann noch mal hier seine ja seine mutti im was ist denn das ich würde schon fast sagen irgendwie so ein trachtenkleid sie hat hier keine beine sondern diesen rock stein also der oft unten als das endstück von einem kleid oder einer robe so benutzt wird vollständiger druck auf der vorderseite der sieht echt ganz schön aus gesicht standard lange haare hinten noch ein bisschen was gedruckt aber nur oben hinten ist der rock dann scheinbar komplett weiß und das kleine highlight hier unser süßes süßes fahrrad die dinger finde ich echt schnucklig denn hier sind so richtige gummireifen drauf also hier sind so gummibänder über diese transparenten speichen drüber gezogen und dann hat man hier so ein richtig kleines fahrrad hinten dreht sich nicht so schön wie vorne so da haben wir dann noch unsere fahrrad fahren drauf auch die hat hier die kurzen beine und standard gesicht kleiner aufdruck hier vorne so ein hoodie hat sie an hinten mit kapuze auch zu sehen und dann kann sie hier entlang radeln und wo sie dort entlang kommt sehen wir noch mal hier wir haben einen briefkasten hier stehen das kann man auch sachen einwerfen wir haben hier noch eine schöne standard lampe die schreit danach beleuchtet zu werden irgendwann dann haben wir hier unten das schaufenster da kann man reinschauen hier mit schöner überdachung übrigens ja das hat es schon eine weile gebaut worden und steht schon eine ganze weile bei uns auf dem schrank ja staub also nicht wundern das teil ist ordentlich eingestaubt ich habe eben mal drüber gepustet aber da ist immer noch genug dran dann gehen wir mal hier auf den eingangsbereich dort sehen wir hier diesen blumen kübel mit diesen blümchen drin und ihr seht das ist alles hier so reingesetzt ja hier mit solchen mit solchen blöcken blöcken hier gebaut aber das interessante ist rein geklippt also man kann es nicht rausheben aber es lässt sich ebenso umkippeln also normalerweise sollte es natürlich so stehen und sie stürzt auch schon nach vorne dass wir hier sauber unsere blumen kübel stehen haben gehen wir noch ein bisschen weiter rum da steht der kleine kollege hier haben wir einen eisverkaufswagen hier ein fetter eisbecher mit einem schirmchen obendrauf und wir können mal reinschauen und ich würde sagen ja ein eis ist noch da wunderbar so da steht noch diese kiste hier völlig unmotiviert in der gegend rum ist auch nichts drin vielleicht einfach nur damit da was rum steht so das war also hier unser ganzes zubehör erst mal und dann schauen wir uns jetzt mal die einzelnen etagen an und wir beginnen ganz genau oben denn wir nehmen dann die einzelnen etagen runter etage 12 und das erdgeschoss so wir fangen jetzt mal ganz weit oben an da ist auch schon ein highlight wenn er mich fragt dieses werbeschild und das ist alles gebaut hier sieht man einen minifiguren kopf ein geschenk und dann hat man hier wunderbar das werbeschild gebaut eigentlich recht das heißt eigentlich ist es recht simpel gebaut also keine große kunst aber dennoch finde ich ein sehr sehr schöner effekt hier vorne mit den drei strahlern hier kann man dir sehen die das werbeschild anstrahlen auch das schreit irgendwie nach led beleuchtung muss ich mal schauen ob ich da noch in der zukunft das passendes für finde ja hier oben hat man einen zaun hingebaut wo man dann quasi hier drauf gehen kann wenn man das schild gewechselt wird und von hinten schaut das ganze dann so aus ist dann hier auf dem dach befestigt so und wenn wir schon mal hier auf der rückseite vom dach sind sieht man wie das hier gebaut wurde nur mit vielen kleinen verzierungen dass ein bisschen struktur reinkommt und vor allem hier oben wir haben leicht verstaubte oberlichter also dachfenster und das sind hier tatsächlich ich lege das mal ein bisschen frei vielleicht kann man dann was erkennen wenn ich hier rein leuchte ja wir können hier bis ins erdgeschoss runter schauen und wir sehen dort schon die treppe und nein ich spoiler mal nicht auf jeden fall schöne oberlichter die gebaut wurden aus so ganz normalen scheiben die sonst bei autos verwendet werden also ein bisschen schräg scheiben und dann wurden die hier einfach so reingebaut passt wunderbar sieht gut aus da kann man nicht meckern so schauen wir uns noch mal die vorderseite an auch hier sehen wir überall diese verzierungen und hoppla was war denn hier da hängt noch was ja klar hier hängt der fensterreiniger oder der fensterputzer in seinem kleinen körbchen womit er dann hier eben entlang fährt und das ist also die nächste und letzte minifigur auch standardaufdruck schöne latzhose ja sein besen zum reinigen und hier unten hat er sein wasser noch drin in einem krug also oder vielleicht sein mittags bierchen man weiß es nicht auf jeden fall fängt der kollege dann hier dran finde ich sehr sehr schönes kleines detail eine schöne idee das hier somit dran zu bauen also der fensterreiniger und dann schauen wir uns hier mal die front an wir sehen bogenfenster 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 ja eine ganze menge bogenfenster dann hier ein schönes eckfenster hier allerdings mit lücke dazwischen aber egal sieht trotzdem schön aus und dann geht es hier weiter mit so einem schönen bogen der hier runter gezogen wird und dann bogenfenster ihr seht was ich meine viele viele bogenfenster aber eine echt schön gemachte front wobei beim bauen sicherlich ziemlich wiederholend so die rückseite die ist relativ oder die was heißt die rückseite es ist ja ein eckgebäude die eine seite die dann nachher angebaut werden kann und spektakulär hier haben wir ein fensterchen und zwar so eins dass man wohl auch dann öffnen kann wir schauen mal rein ja da kann man sehen die rückseite der bogenfenster sozusagen und das kann hier nach außen aufgeklappt werden und auf der anderen seite ist einfach mal gar nichts so jetzt nehme ich mal ja das dach hier runter und wir schauen dann mal wie es da drinnen genau aussieht und stellen das vorsichtig zur seite und was hier sofort natürlich ins blickfeld springt ist hier dieser massiv fette kronleuchter der hier so mittendrin hängt und ja man erkennt sofort was gemeint ist das echten fetter kronleuchter mit gemeint ganz schön gemacht er hängt hier über dem treppenhaus und leuchtet dann runter bis ins erdgeschoss ansonsten was finden wir denn hier oben so viel ist es jetzt nicht ich so mal rein da sehen wir irgendwie keine ahnung was ist das ein spielzeug ja genau das hier ist die spielzeug abteilung also so ein kleines spielzeughäuschen dann haben wir hier so zwei kugeln sagen wir mal das wären bälle die man hier kaufen kann und da noch mal so ein kleiner drehtroller und natürlich tatsächlich noch eine minifigur die sich hier versteckt noch eine kundin oder eine verkäuferin ich weiß es nicht auf jeden fall die steht jetzt hier auch eben noch rum und schaut sich hier das unglaublich große angebot an waren an ja schön also nicht viel drin aber ganz nett gemacht könnte natürlich immer noch mehr drin sein aber naja irgendwo wird dann immer teil mäßig gespart ups jetzt habe ich hier gerade was umgenockt nämlich hier den fahnenmast aber ich habe ihn nur hochgeklappt moment eben noch mal die fahne dran machen und wieder runterklappen gut also passt schauen wir noch mal genau rein da unten sehen wir oder hier sehen wir mal die treppe und ich würde sagen für mich sieht das aus weil das so sehr sehr schmal ist wie eine rolltreppe wir sagen mal das wäre eine rolltreppe denn wir sind ja hier im einkaufszentrum unterwegs ja sehr schön also das wäre dann unser oberstes stockwerk auch das kann man natürlich hier abnehmen wie der name modular building schon sagt alles modular alles kann man einzeln sich anschauen und dann schauen wir mal eine etage tiefer auch hier kurz die außen ansicht hier fällt besonders auf wie gesagt hier diese fahnen die ich eben schon versehentlich einmal hochgeklappt habe die sind ja einfach an so der mechanismus dran zwei fähnchen simples ding aber schöner effekt so rein optisch und dann kann man auch verschiedene windrichtungen simulieren ansonsten das gleiche eckfenster die gleichen bogenfenster da gibt es also nichts neues zu berichten aber wir schauen noch mal rein in welcher abteilung sind wir denn hier gelandet und ich würde mal ganz stark sagen ja das hier sind die haushaltswaren hier haben wir gläser oder ja also wein gläser sektgläser und ein paar teller noch stehen aber gerade gar kein kunden und kein verkäufer da also mehr ist da nicht da haben die echt ein bisschen gespart also so spartan ich hätte jetzt nicht sein müssen aber naja gut die haushaltswaren abteilung hätten wir in diesem stockwerk dann haben wir das relativ schnell abgehandelt und hier sehen wir nochmal die rolltreppe und unten drunter dann noch die weitere rolltreppe die uns ins erdgeschoss führt also auch diese etage die haben wir echt schnell abgehandelt wobei eins kann ich gerade noch zeigen hinten das fenster das habe ich ja vorhin schon erwähnt lässt sich öffnen nach außen so wenn man mal lüften möchte ich mache lieber zu dann staubt nicht so ein denn ja hier drin hier drin ist kein staub also draußen eingestaubt wie hulle aber innen drin alles schön zu ist ist zum glück das ganze set nicht wirklich verstaubt da ist die etage und weg kommt sie und damit sind wir schon im erdgeschoss gelandet noch mal ein kurzer blick auf den eingangsbereich super schön hier oben der schriftzug shop denn der ist gebaut ja so gehört sich das richtig schön aus kleinsten legosteinchen hier zusammengebaut und dann hier über so einen flexiblen stadt dann angeklippt mit zieh klemms dass man hier noch diese tolle rundform oder halb rundform hier drin hat finde ich super gefällt mir ausgesprochen gut dann haben wir hier neben dran noch mal diese leuchten einmal rechts einmal links und auch noch mal ganz hier hinten am rand haben wir noch mal die leuchte und auch auf der anderen seite dann hier diese schönen überdachungen gefällt mir auch ausgesprochen gut und jetzt hat man hier auch einen tollen blick durch die großen schaufenster da sieht man hier unten im erdgeschoss ja da ist was los denn da ist der klamotten laden und noch ein highlight schaut mal hier die drehtür die dreht sich tatsächlich das ist mal richtig super gemacht finde ich ganz ganz toll ist jetzt natürlich auch keine große baukunst aber einfach schön umgesetzt eine schöne schöne drehtür und dann noch ein letzter blick hier in das schaufenster rein wo es jetzt so schön hell ist wir suchen mal kurz rein und sehen ja da gibt es einiges zu betrachten schauen wir mal aus der vogelperspektive so sieht es nämlich hier aus und da ist einiges los wir haben also ja wie gesagt hier die klamotten abteilung drin hier hinten sehen wir schon da sind die hosen die könnten mal gewaschen werden die stehen schon an der wand dann haben wir hier noch mal einen kunden oder verkäufer der hat auch eine hose in der hand da unten ja da ist wohl was runter gefallen hier diese diese umhänge ich vermute mal stark die sollten eigentlich hier an der wand hängen auch das ist aber auch hier eine noppe an der wand moment ja irgendwie so wahrscheinlich sollten die da an der wand hängen und der andere mit sicherheit dann hier an dieser noppe aber die sind abgefallen dann sehen wir hier noch mal was sollten das sein ach parfüm natürlich kleidung und hier haben wir noch parfums so flakons und so ein zeugs stehen okay das haben wir also da noch hier würde ich sagen sitzgelegenheiten nicht großartig was zu sehen hier haben wir noch mal ein hut stehen und kälte der ist ja was macht der denn da der steht da so ein bisschen vereinsamt rum dann haben wir hier noch mal eine minifigur kommen herr kollege also den feinen herren mit zylinder und schwarzem anzug der steht dann hier auch noch mal rum ich stelle ihn mal hier so nebendran an die kasse noch mal denn hier haben wir noch mal die registrierkasse mit ganz minimalen mitteln ist die nachgebaut man kann hier schön sehen die schublade hier wo dran gezogen wird katsching und dann geht die klappe auf muss man sich alles denken hier bewegt sich nämlich gar nichts also sehr sehr simpel gebaut und natürlich hier noch mal unsere rolltreppe also das erdgeschoss finde ich das ist am besten geraten da ist ein bisschen was los sehr schön und schaut mal da hinten komme ich dahin ja wir haben hier sogar noch eine tür so eine glastür eine transparente und die kann man öffnen und wenn man die öffnen kann kann man bestimmt auch noch irgendwo hingehen und schon sind wir durch und wir finden noch mal hier so ein unmotiviert stehenden behälter da ist nichts drin und hier oben sehen wir noch mal eine kleine lampe auch die schreit irgendwie nach beleuchtung so und dann sind wir auch schon rum hier und einmal durchgegangen durch das grand emporium das große kaufhaus es ist ein sehr sehr schönes set das will ich sagen innen drin könnte natürlich noch etwas mehr los sein wie aber in ganz ganz vielen modular buildings generell da wurde immer etwas viel gespart was so diese inneneinrichtung betrifft aber von außen macht das hier einiges her leider ist das teil soweit ich weiß nicht mehr auf dem markt das heißt das könnt ihr nicht mehr neu kaufen von lego wie gesagt 2010 zum zeitpunkt wo ich das aufnehme ist das also schon zehn jahre her und wer das teil jetzt gerne möchte hat eigentlich zwei möglichkeiten zum einen tritt markt also ebay oder sonst wo gebraucht schauen ob man das teil findet manchmal findet man sogar noch auf amazon aber dann zu recht hohen preisen aber das könnt ihr euch gerne mal anschauen ich verlinke euch das was sind das hier oben was ist das denn für ein teil dieses transparente hier könnt ihr das sehen hier was soll das denn sein keine ahnung also das kann ich mir gerade nicht erklären was das genau darstellen soll aber okay ist mir gerade aufgefallen also wie gesagt ihr könnt es manchmal bei amazon finden relativ teuer ich verlinke euch trotzdem falls ich was finden sollte und ansonsten kann man es natürlich auch wenn man das mit seinem wissen verkraften kann bei aliexpress sich bestellen und dann kriegt man eben nicht das original lego ding sondern china klemmbausteine womit man das teil dann nachbauen kann zu einem vernünftigen kurs 80 90 euro sowas um den dreh oft schon mit versandt aus spanien oder polen also keine zollprobleme und auch das verlinke ich euch gerne hier unten in der video beschreibung für denjenigen der gerne einfach mal hier das große kaufhaus bauen möchte ohne gleich einen kredit aufnehmen zu müssen auf jeden fall sehr sehr schöne set muss ich sagen und passt wunderbar in die modular building reihe übrigens hier unten habt ihr das gesehen auch richtig schön gemacht hier dieses ganze mosaik vom eingang habe ich eben gar nicht erwähnt so also das war der kleine rundgang ich hoffe euch hat es gefallen und wir sehen uns beim nächsten mal hier bei me apple cat und dann bauen wir vielleicht auch schon wieder ein neues modular building denn ich habe hier noch zwei stück bei mir stehen die stehen hier unten im schrank wollen noch gebaut werden also ich freue mich macht's gut bis dann